Halsschmerzen beim Schlucken – Ursachen und Behandlung Leidest du unter Halsschmerzen beim Schlucken? Wir sagen dir, welche Ursachen derartige Beschwerden haben könnten und was du dagegen unternehmen kannst. Halsschmerzen beim Schlucken hat wohl jeder oder jede schon mindestens einmal im Leben erlebt. Meistens handelt es sich um ein einmaliges Ereignis, das oft durch schnelles Schlucken oder bestimmte Zutaten ausgelöst wird. Wenn diese Beschwerden jedoch häufiger auftreten, liegt die Ursache wahrscheinlich in einer Grunderkrankung. Der medizinische Fachausdruck für diesen Zustand lautet Odynophagie. Derartige Beschwerden können auch nach der Einnahme bestimmter Flüssigkeiten auftreten und unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Wenn die Halsschmerzen beim Schlucken mehrere Tage oder Wochen anhalten, kann dies die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Idealerweise solltest du einen Arzt aufsuchen, um eine Diagnose zu erhalten. In unserem heutigen Artikel stellen wir dir fünf der häufigsten Ursachen für Halsschmerzen beim Schlucken vor. Außerdem erfährst du, was du dagegen unternehmen kannst. Halsschmerzen beim Schlucken – fünf häufige Ursachen Die Fachwelt ist sich einig, dass ein diagnostischer Prozess unerlässlich ist, um die wirklichen Ursachen für Schluckstörungen wie Dysphagie und Odynophagie zu identifizieren. Das Ziel dieses Artikels besteht also nicht darin, dich von einem Arztbesuch abzuhalten. Wir möchten dir lediglich aufzeigen, wie ernst oder harmlos diese Beschwerden sein können. Daher stellen wir dir nachfolgend fünf der häufigsten Ursachen für Halsschmerzen beim Schlucken vor. 1. Eine Streptokokkenpharyngitis kann zu Halsschmerzen beim Schlucken führen. Eine Streptokokkenpharyngitis, auch als bakterielle Rachenentzündung bekannt, ist eine der Hauptursache für Halsschmerzen beim Schlucken. Es handelt sich um eine bakterielle Erkrankung, die Entzündungen, Schmerzen und Reizungen im Rachenraum verursacht. Sie tritt am häufigsten bei Kindern auf, obwohl Menschen jeden Alters betroffen sein können. Diese Erkrankung geht mit Fieber, roten Flecken im hinteren Teil des Rachenens, geschwollenen Mandeln, geschwollenen Lymphknoten und Kopfschmerzen einher. Zudem werden laut Aussagen von Forschern bis zu 30% der Fälle durch A-Streptokokken verursacht. 2. Globus-Syndrom oder Globus-Pharyngis Das Globus-Syndrom, auch als Globus-Gefühl oder Globus-Pharyngis bekannt, ist das Gefühl, etwas im Rachen stecken zu haben. Die Patienten beschreiben es als eine, teilweise Blockade, die manchmal Angst, Stress und Schmerzen beim Schlucken von Nahrung auslöst. 3. Trockene Umgebung Eine Ursache, an die du wahrscheinlich noch nicht gedacht hast, ist eine trockene Umgebung. Trockene Raumluft kann dazu führen, dass dein Rachen austrocknet. Dadurch werden die Rachenwände rau, was Beschwerden beim Schlucken von Nahrung verursacht. Trockene Luft kann auch die Speichelproduktion beeinträchtigen, was diesen Prozess zusätzlich erschwert. Infolgedessen kannst du beim Schlucken Halsschmerzen bekommen, da die Nahrung langsamer transportiert wird und eine größere Reibung an den Rachenwänden entsteht. Das Fehlen von Feuchtigkeit oder eine erhöhte Temperatur können die Ursache sein. 4. Halsschmerzen beim Schlucken durch Allergien Allergien gegen Tierhaare, Pollen, Hausstaubmilben oder Staub sind häufiger, als man denkt. Allerdings sind die Symptome sehr unterschiedlich und ihre Intensität hängt von der jeweiligen Empfindlichkeit ab. Ein häufiges Anzeichen ist ein Anschwellen des Rachens, was zu Schmerzen und Reizungen beim Essen und Trinken führt. Dieses Anzeichen kann unabhängig von offensichtlicheren Anzeichen wie tränenden Augen, verstopfter Nase und Atembeschwerden auftreten. Eine schwere Reaktion wird Anaphylaxie genannt. Da sich daraus ein lebensbedrohlicher anaphylaktischer Schock entwickeln kann, muss diese Reaktion sofort behandelt werden. 5. Gastroösofagialer Reflux Gastroösofagialer Reflux verursacht Sodbrennen im Epigastrium, Oberbauch oder spezifischer als Magengrube bezeichnet, Brustschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Halsschmerzen beim Schlucken. Es handelt sich um eine chronische Krankheit, die sich mit der Zeit verschlimmert, vor allem, wenn sie nicht behandelt wird. Andere mögliche Ursachen für Halsschmerzen beim Schlucken sind die folgenden. Muskelkontrakturen, Epiglottitis-Infektionen, Masern, Windpocken, Mononukleose, Grippe und andere, Nasennebenhöhlenentzündung, Mandelentzündung, Verletzungen oder Traumata im Rachenbereich, Kehlkopfentzündung, Pilzinfektione, Z. B. Candidose, Morbus Crohn Obwohl diese Ursache weniger wahrscheinlich ist, könnten sich Hinterhalsschmerzen beim Schlucken auch bestimmte Krebsarten verbergen. Kehlkopfkrebs und Speiseröhrenkrebs können ebenfalls Halsschmerzen beim Schlucken verursachen. Allerdings ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass diese Beschwerden durch die oben genannten Krankheiten verursacht werden. Halsschmerzen beim Schlucken Linderung und Behandlung Da die meisten derartigen Beschwerden durch bakterielle Infektionen verursacht werden, besteht die beste Behandlung in der Regel in der Einnahme von Antibiotika. Allerdings hängt dies von der klinischen Diagnose ab. Vergiss nicht, dass du niemals Antibiotika ohne ärztliche Anordnung einnehmen darfst. Auch um andere oder schwerwiegendere Erkrankungen auszuschließen, raten wir dir, in jedem Fall einen Arzt aufzusuchen. Wenn der Auslöser ein Virus ist, entscheiden sich Experten in der Regel dafür, abzuwarten, bis der Körper das Virus von selbst eliminiert. Alternativ wird eine symptomatische Behandlung verordnet. Chronische Erkrankungen wie Reflux erfordern eine kontinuierliche Behandlung, die sich nach den Merkmalen der Erkrankung richte, Häufigkeit, Intensität, weitere Symptome und so weiter. Neben der Behandlung können Patienten auch eine Reihe von Gewohnheiten berücksichtigen, die diese Komplikationen minimieren können. Hier sind einige hilfreiche Gewohnheiten, die du dir aneignen solltest. Wasche dir häufig die Hände und vermeide es, deine Schleimhäute damit zu berühren. Trinke beim Essen etwas Flüssigkeit, vorzugsweise Wasser. Außerdem solltest du deine Nahrung richtig kauen und sie nicht hastig hinunterschlingen. Des Weiteren empfiehlt es sich, sehr scharfe Zutaten oder starke Gewürze zu vermeiden, die die Rachenschleimhaut reizen können. Reduziere die Verwendung von Rachensprays. Obwohl diese hilfreich sein können, kann ein übermäßiger Gebrauch Reizungen verursachen. Darüber hinaus solltest du während des Kauens nicht sprechen. All diese praktischen Tipps können dazu beitragen, das Auftreten derartiger Beschwerden zu minimieren. Wenn es sich jedoch um eine wiederkehrende Situation handelt, solltest du nicht zögern, einen Spezialisten zu konsultieren. Selbst Medikation kann verlockend sein. Bei mittelschweren, schweren Anzeichen und anhaltenden Halsschmerzen beim Schlucken solltest du unbedingt einen Arzt, eine Ärztin konsultieren. Ein Funktional الحie ist in der flockigen Zeit. Bis zum nächsten Mal.